so war jetzt bei der Splf 1 1 12 mit dem Qualifying in Suzuka in Spanien Spanien Zeichen in Japan natürlich so ich denke wir gehen Wolle FPS Zeugen im Keller geht wieder ja ich denke in Form der Weichen Mischung ein bisschen langsamer fahren jetzt los geht's schauen wir mal was diese Qualifying Session heute mit sich bringt boah gerade noch so das Kiesbett vermieden hier ist dann fast stehen geblieben das darf natürlich nicht passieren ach ne hier jetzt ein langsames Auto Kati Kayan schau hier auf einer Aufwärmrunde Zweiter Zweiter Platz zweiter Platz Pick gerade ein bisschen langsam unterwegs leicht verbessert persönlich aber hier da im Kiesbett gelandet deswegen können wir diese Runde abbrechen schauen wir was drin ist dritter vierter vierter fünfter sechst siebter ochter neunter zehnter hälfter zwölfter ne noch nicht zwölfter dreizehnter jetzt wird's eng jetzt wird's eng dreizehnter dreizehnter geschafft 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 ha Glück gehabt auf dem dreizehnten Platz gerade so q2 erreicht wir müssen in die top 10 um uns das Ziel zu erreichen jetzt natürlich nicht einfach wird natürlich alles andere als leicht das Ziel ist das Ziel ist das Ziel So, schaut aber nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus, wobei ich hier wieder ganz schön weit rausgekommen bin. Erster, starke Runde. Wow, nochmal schnell zurück. Okay, starke Runde. Könnte ja nicht reichen. 1,40. Und es müsste auch reichen. Diese Runde hätte ich aber in Q3 fahren müssen. Naja, aber es reicht für Q2. Beziehungsweise es reicht für Q3, um 1 weiterzukommen. Vettel wird fünfter, glaube ich. So, jetzt nehmen wir nochmal neue Reifen, würde ich sagen. Ganz einen neuen Satz Reifen. Fliegende Runde und los geht's. Nochmal so eine Runde, wäre genial. Ach nee, da fahren alle gleichzeitig. Los geht's. Ich würde möglichst wenig fahren mit diesem Satz Reifen. Am liebsten halt nur eine Runde. Aber ich glaube, diese Runde ist es noch nicht. Der Sektor ist schon langsamer. Vorhin war ich jetzt 1, äh, 36, 8, glaube ich. Bin ich vorhin gefahren. So, schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt, diese Runde mit sich bringt. Ich denke, für Paul reicht sie definitiv. Nicht. Nee, reicht sie nicht. Siebter Platz. Das wäre Startreihe 4. Ja. So. Weber. Nee, ich glaube, es wird beim 10. Platz bleiben. Okay, wäre ich auch zufrieden, dass wenigstens das Ziel erreicht. Ach, Hamilton. Huh. Okay, kann ich vergessen. Bleib jetzt beim 10. Platz. Hi. Na ja, passt schon. Würde ich sagen. Ich lasse mit dem Reifen aus. Naja, muss so, muss so. Bleiben wir beim 10. Platz. Dürfte in Ordnung sein. Ja. Wenigstens Ziel erreicht. Ja. Ziel erreicht. Also, mit diesen Bildern sage ich bis morgen, bis zum Rennen in Japan, in Suzuka. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Killer Party.